Ist die ekelhaft, die Oma. Bah, ist die widerlich. Komm mal hier rein, ne. Bah, brrrr. Die Schlangenkopf-Oma, Alter, ist die ekelhaft. Ist sehr widerlich, bah, brrrr. Alter, brrrr. Direkt entlang. Ist die ekelhaft. Das gibt's gar nicht. Okay, dann müssen wir lang. Ich gehe trotzdem mal hier gucken. Jetzt nix. Boah, je wird. Ne? Da komm wahrscheinlich auch nicht rein. Gut. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich will's nun mal ausprobieren. Wahrscheinlich wird's nicht gehen, aber... Nee. Nein, geht nicht. Aber probiert hab ich's wenigstens. muss ja noch hier durch den Regen rennen, ey. Das ist ja... Die arme Six, die hat ja nichts an... aussehen, die Stofflumpen da. Ach, du Kacke. Das ist ja... Das ist ja fetzig hier. Das ist ja fetzig hier. So, okay. Morgensin. Morgensin. Mein Schüttling. Bah, war die Oma widerlich. Das gibt es ja gar nicht. Kann ich den Hut nicht aufnehmen? Ich will den Hut. Ich will den Hut. Geh mir den Hut. Alle, hier muss es so regnen, dass es schon von den Wänden hier so runterschallert. Heute, Vizka, Herr Kapitän. Wir gehen unter. Stehen da runter. Warum kann ich hier hin? Ich weiß schon hier. Toll. das hat er das ja so ja 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 Hm. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Okay. So, ich habe gesagt, in jede Aufnahme machen wir einen anderen Hut rein. Dann machen wir das auch. Nicht ganz vergessen. Oh, heute mal einen Holzkopf. Pff. Pff. Okay. Okay. Klar, wer kennt sie nicht? Die fensterlosen Fenster. Ja, ja, die fensterlosen Fenster erkennen sie nicht. Okay. 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 Komm mal rein. Kannste rausgucken. So. Und da scheint Licht herein. Da wird wohl jemand zu Hause sein. Okay. nach. Oh. Okay. 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 Das ist zu spät für mich. Es ist zu spät für mich. Es ist zu spät. Glatzmann ist wieder da. Spiel jetzt nur noch so. Tag. Moment. Die käme nicht so mies. Na. Besser. Boah. Das ist ja richtig lecker hier. Mit. Rollstuhl heiz bist du's. Ich will das gar nicht wissen. Ich geh einfach weiter. Tschüss. Na gut. Ich geh weiter. Ich muss gleich mal Fenster zumachen. Hier ist kalt. Das war knäpselig. Ja bist du des Wahnsinns. Bist du wohl des Wahnsinns. Ja. Ich glaub du hast auch noch den Eisen. vor allem. Wer schläft denn so? Wenn du dich ja einmal rausdrehst. Äh. Oder rumdrehst auf Matratze. dann. Machst du ja gut bei. Ja. Geh mit hier. die Sicherung rausdrehen. Los. Mach's raus. Mach dich dich auch raus. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020